Hallo und herzlich willkommen zu Part 33 von Modern Skyblock 3. Ja, im letzten Part haben wir ja mit Bienchen angefangen und ja, hier möchte ich natürlich weitermachen. Aber erstmal so, ja, andere Sachen. Hat sich hier einiges getan. Ich war nämlich schon lange nicht mehr oder bin schon lange nicht mehr dazugekommen, was aufzunehmen. Lag ganz einfach daran, dass ich, ja, sehr am Rumkränkeln bin. Ist glücklicherweise jetzt rum und ja, in der letzten Aufnahme hat man es vielleicht gemerkt, das war dann der Anfang davon. Ich konnte mich einfach überhaupt nicht konzentrieren anscheinend. Ja, obwohl ich das krankheitsmäßig noch nicht gemerkt habe. Aber einen Tag später, ja, hat es dann eingeschlagen und ja, naja, egal. Ich habe auf jeden Fall einiges hier jetzt gemacht, während ich sowieso dann Zeit hatte. War das dann kein Problem. Ja, unter anderem, ähm, das hier ist tatsächlich weg. Ich wollte das ja sowieso schon in einer Compact Machine machen, beziehungsweise duplizieren. Und das habe ich dann auch einfach mal gemacht. Wie man hinten dran gesehen hat, ist da so ein wunderbarer Connector für ein MI-System dran. Ähm, ja, ist einfach das Einfachste. Dann hole ich hier wunderbar das MI-System rein, ähm, über diesen MI-Cability-Adapter. Den haben wir ja schon gesehen bei der anderen Compact Machine. Ja, und, äh, prinzipiell das Setup, so wie es draußen ist, habe ich hier reingemacht und, äh, dupliziert. Das heißt, wir haben jetzt, äh, zwei Systeme, die gleichzeitig arbeiten. Man hier sieht auch zwei unterschiedliche, ähm, E-Interfaces, die jeweils hier in eine Truhe arbeiten, beziehungsweise in so einem Crate. Ja, muss man nicht unbedingt machen. Ich habe es jetzt so gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich es so lasse. Ich wollte es halt jetzt einfach nur mal duplizieren. Ähm, ja, somit haben wir hier ein separates System und hier ein separates System. Würde aber keinen Unterschied machen, wenn ich jetzt ein Crate und ein Interface weglasse und das einfach connecte miteinander. Das sollte trotzdem wunderbar funktionieren. Ähm, aber, ja, das habe ich jetzt halt nicht gemacht. Ähm, ja, ich dachte eigentlich, und das ist das, warum ich es vielleicht dann doch noch irgendwann mache, dass das MI-System das wunderbar handelt. Tut es normalerweise auch. Vielleicht liegt es jetzt daran, dass die Version, in der ich jetzt spiele, schon etwas älter ist. Das kann natürlich sein. Ähm, aber ich habe festgestellt, wenn ich jetzt viel Prozessoren fair, äh, fair stelle, bestelle, um Himmels Willen, ja, dann landen natürlich hier die Ressourcen drin. Normalerweise, weil Dark von jeweils die Priorität, äh, Priorität, um Himmels Willen, beide auf Null steht, also beide gleich ist, sollte er, ja, das genau aufteilen. Das tut er aber nicht genau. Also, es ist in dem einen dann ein bisschen mehr als in dem anderen. Das ist jetzt allerdings nicht ganz so schlimm, finde ich jetzt. Deswegen habe ich es jetzt erstmal dabei belassen. Ja, ansonsten habe ich mir dann überlegt, dass ich vielleicht den Blocking-Mode anmache, um das genau zu verteilen. Das funktioniert allerdings nicht ganz so doll, weil der dann ewig wartet, bis natürlich die Kiste leer ist. Und das Redstone ist ja so lange drin, bis der Prozessor tatsächlich fertig ist und exportiert wird. Und so lange könnte da oben schon wieder ein Gold oder was auch immer drin liegen und weiter, äh, vor sich hin brutzeln. Aber das tut es ja nicht. Also geht jede Menge Effizienz, ähm, verloren durch den Blocking-Mode. Deswegen, ähm, ja, mache ich den Blocking-Mode nicht rein. Deswegen, ja, habe ich so eine ungleichmäßige Verteilung. Wie gesagt, vielleicht ändere ich das Ganze noch, dass ich wirklich nur noch ein Interface habe und, ähm, ja, mal gucken, wenn ich dann noch ein drittes von den Dingern reinbauen möchte oder so. Wer weiß. Das Ding hier ist auch mit nach, hier reingekommen. Warum denn noch nicht? Und das sieht hier zwischendrin auch ganz gut aus. Hat natürlich auch ein MI-Interface, logisch, ähm, wie auch schon vorher. Und, äh, ja, Crystal-Growth-Champer im Himmelswillen und, äh, ja, wieder rauspipen, so wie es auch schon in der Oberwelt war. Also eigentlich nichts Besonderes. Gut, dann, ähm, habe ich, glaube ich, noch was Neues im Inventar, weil ich bin mir jetzt nicht mal 100% sicher, was ich jetzt alles gemacht habe und was nicht. Ähm, das, äh, tut mir auch irgendwie ein bisschen leid, aber, äh, ja, gut. Das war jetzt eine längere Zeit, deswegen, ähm, ja, bin ich da jetzt nicht mehr ganz so informiert. Und, ähm, so, Wireless-Crafting-Terminal. Das Ding hier, ähm, habe ich, glaube ich, gemacht, wenn ich mich richtig dran erinnern kann. Ähm, ja, ist eigentlich nicht wirklich schwierig. Hätte ich schon die ganze Zeit machen können, äh, Wireless-Crafting-Terminal und so weiter. Ähm, ja, ist alles kein Problem. Ja, das ist neu. Das habe ich hier zwischenzeitlich gemacht. Stimmt. Ähm, man kann das ganze Ding natürlich einmal so öffnen, wie man das gewöhnt ist. Funktioniert wunderbar. Wird natürlich auch recharged durch meinen Flux-Capacitor. Ähm, ja, und das Ding hat... Dann hier, ähm, Infinite-Energy-Units, wo man diese Infinite-Energy-Cards da rein, diese, ähm, hier, die Cards, hier, die Infinite-Booster-Cards, die kann man da reinlegen. Und dann bekommt man dafür die Energy-Units. Damit kann man dann, egal wo auch immer man ist, ähm, auch auf anderen Planeten und so weiter, ähm, also im Neta zum Beispiel, oder Dimension wäre eigentlich das richtigere Wort, kann man das Ding dann öffnen und benutzen. Ja, allerdings, ähm, verschwinden diese Energy-Units doch relativ schnell. Ähm, wow, wie hast du mich getroffen? Naja, ähm, deswegen ist das für einen Notfall ganz gut. Ansonsten, naja, nicht unbedingt ganz so wichtig. Aber, ja, hier drin, also, was heißt hier drin? Hier auf dieser Plattform habe ich eine richtig große Range. Das reicht sogar bis da hinten zu dieser Plattform. Ähm, also von daher werden die hier nicht genutzt. Und ansonsten, ja, funktioniert das ganz gut. Gut. Ich kann das Ding auch noch mit einem Hotkey öffnen. Den habe ich jetzt einfach mal, äh, auf Shift-E gedrückt, äh, auf Shift-E gelegt und das habe ich eben gedrückt. Toll. Äh, ja, ist halt ein alternatives Inventar. Kann man so öffnen. Ähm, dann muss man den nicht unbedingt hier drin haben. Ähm, denn man kann ihn, wie man auch sieht, als Bubble, ähm, auf den Kopf legen. Allerdings will ich das nicht, weil ich da schon dieses Ding hier drin habe. Das würde ich ganz gerne behalten. Ähm, aber ansonsten eigentlich ganz gut. Man muss es halt nur irgendwo im Inventar oder als Bubble-Slot haben und dann funktioniert das. Ich, äh, ich, äh, lasse es jetzt mal da hinten in dem Slot. Da ist es eigentlich ganz gut. So, neu ist natürlich dann hier auch das, äh, ME-Security-Terminal. Das braucht man in dem Moment, wo man ein Wireless-Terminal aufmachen möchte, um das Ganze zu binden. Wie man sieht, hier oben legt man das rein und dann wird das gebunden. Irgendwo steht, ah, genau, Link-Status-Linked. Steht auch da. Unter der Energy-Store. Wenn man das hier reingelegt hat, dann ist das eben gelinkt. Damit es auch weiß, zu welchem Netzwerk es denn überhaupt zugreifen soll. Ja, dann, ähm, haben wir in dem Security-Terminal die Möglichkeit, solche biometrischen Karten reinzulegen. Wie man sieht, das ist natürlich jetzt, ähm, von meinem Mitspieler. Ähm, ja, der darf natürlich an dem Ding auch alles machen. Das kann man hier unten dann einstellen, wenn man hier so eine Karte reinlegt. Ähm, ja, ist natürlich wichtig, dass man das entsprechend, äh, spezifiziert, damit auch andere Leute dann wieder ans Terminal können. Und Sachen rein- und rausnehmen. Sonst, ja, sind die dann nicht berechtigt, damit irgendwas zu machen. Und können auch keinen, ja, am, den verschiedenen Sachen eben nichts machen. Zum Beispiel hier, ähm, Items in die Storage werfen, Sachen wieder rausnehmen, Sachen craften, an dem Applied-Energistik-System irgendwas, ähm, bauen, beziehungsweise eben auch das Security-Terminal nutzen. Und, ja, das sieht man dann hier an der Karte. Da ist alles gegeben. Gut, ich kann natürlich hier selber keine Karte reinlegen. Macht Sinn. Ich habe ja den Block gesetzt, also ist es schon meiner. Deswegen passt da meine Karte nicht rein. Selbst wenn ich es versuchen würde, würde das nicht funktionieren. Gut, dann haben wir das Ding hier. Das ist eigentlich der Access-Point an sich, womit sich dieses Ding hier verbindet, sozusagen. Ich habe jetzt, äh, 24 Wireless-Booster-Cards da drinne. Das ist hier die Range. Das ist das, was das Ding verbraucht. Wird auch nur hier drinne angezeigt, tatsächlich. Wenn man mit dem Network-Tool dran geht, sieht man diesen Wireless-Access-Point zwar schon, aber man sieht diese RF-Usage nicht, sondern man sieht nur den kleinen Teil, den das Ding sowieso braucht, wenn es am Netzwerk, äh, dran ist. Das finde ich ein bisschen komisch, aber, äh, ja, gut, man sieht es ja hier drinne, wie viel das Ding braucht. Ist einiges, aber gut, RF brauchen wir uns wirklich keine Sorgen machen. Und, ähm, das Ding hier, ähm, das habe ich einmal ja gesucht, als ich da oben bei Botania, ähm, hier das Ding da erklärt habe und, ähm, nicht wusste, wo dieser Block ist, wie man die Zellen, äh, partitionieren kann. Ja, ist eigentlich das. Man legt eine Zelle hier rein und dann kann man hier einen Filter machen, ähm, ja, mit verschiedenen Sachen, die man hier noch klicken kann. Also, eigentlich ist das praktisch hier eine Whitelist, die man hier reinlegen kann. Also, nicht wirklich irgendwas, ähm, ja, Schwieriges. Ist sehr easy. Man muss halt nur wissen, wie der Block heißt. Und ansonsten, ja, ist eine Zell-Workbench. Ganz, ganz einfach das Ding. Gut, dann haben wir das. Was hat sich noch geändert? Ähm, ja, die blauen Dinge. Dinger müssten, glaube ich, schon da gewesen sein. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Sind prinzipiell die Collector-Crystals, ähm, ja, mit den besseren Crystals. Wir hatten ja vorher die weißen, die wir einfach so machen konnten, indem wir die vor den Atomic Reconstructor von, ähm, Astro-Sorcery, Quatsch. Äh, Gott, so viele Mods mit A, mh, um Himmels Willen. Äh, ja, auf jeden Fall von den Atomic Reconstructor da vorne dran werfen und dann haben wir die gehabt. Gut, die blauen konnten wir entsprechend züchten. Die haben dann ein, ähm, irgendein Rezept. Useful muss ich jetzt gerade mal tatsächlich nachgucken. Das müsste hier irgendwo mit dabei sein. Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, nee, hier unten kann das doch eigentlich gar nicht mit dabei sein. So, da ist es erst hier. Nee, ist eigentlich ein relativ einfaches, ähm, Prinzip. Das ist nichts anderes, wie wenn ich die anderen Crystals gemacht habe. Ich weiß zwar jetzt wirklich nicht, warum er mir das nicht anzeigt. Ah, okay, das ist natürlich echt schön. Dann kann man das nicht zeigen. Ist aber nichts Schwieriges an sich. Dann, ähm, dieser Crystal hier ist neu. Ich habe die vier, die hier waren, weggemacht. Außerdem haben wir das Ding ein bisschen schöner gemacht. Ich glaube, auch das war beim letzten Mal noch nicht so. Ähm, auch da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Wie man sieht, ein bisschen Schüssel und Bits, ähm, haben wir hier genommen, um das ja ein bisschen schöner zu gestalten. Und, oh, da habe ich wieder zwei Kristalle aufgesammelt, die da drinnen gewachsen sind. Wunderbar. Äh, ja, sieht so einfach ein bisschen schöner aus. Ich meine, die drei braucht man ja. Und, ähm, ja, die Struktur fand ich jetzt auch nicht ganz so prickelnd. Deswegen haben wir da ein bisschen was gemacht. So, dann haben wir das soweit. Die kommen mal weg. Dann habe ich mir hier noch so einen von denen gemacht. Der sitzt jetzt hier auf einem kleinen Inselchen. Das hier ist prinzipiell so ein kleines Ritual. Wie man sieht, das sind schöne Particle-Effekte, die da hochgehen. Ja, prinzipiell steht auch irgendwo in einem Astral Tome, dass man bei dieser Struktur, wenn man die aufbaut, eine Verstärkung von dem Collector Crystal bekommt. Und, das heißt, er ist noch mal besser, als wenn man ihn nur so in die Welt setzt. Und, ähm, ja, das hilft tatsächlich sehr, sehr gut. Und, ja, so kostenaufwendig ist es nicht. Wie man sieht, ein bisschen Marble natürlich, ähm, acht von den Starlight Buckets. Den Crystal, den man natürlich sowieso braucht. Und dann hat man das Ganze schon. Und der ist halt noch mal sehr, sehr viel stärker. Dann, ähm, weil das Ganze nicht ausreicht, von da hinten bis zum Altor, hier so eine Lens. Die habe ich auch noch nicht gemacht, tatsächlich. Ich habe sie hier jetzt mal aufgestellt, so wie sie auf den Pillars steht. Weil das Ding sonst ein bisschen tief wäre. Ja. Und dann sähe es komisch aus. So sieht es eigentlich ganz gut aus. Joa, dann ist das direkt hierhin verbunden. Wie man sieht, das Ding ist voll gut. Das liegt jetzt auch daran, dass es Nacht ist. Aber auch tagsüber müsste es voll sein. Lenses, ähm, haben auch Stats tatsächlich. Also hier ist es wichtig, was für Rock Crystals man verwendet. Wie man jetzt sieht, ich habe einen mit 900, ähm, 100, 100 genommen. Macht ja Sinn, äh, die bin ich ja eh am Züchten gewesen. Habe ich hier ja von einen genommen. Und wie man sieht, ich habe elf Stück davon bekommen. Also zehn und eins sitzt ja hier oben drauf. Das heißt, je besser der Crystal, desto mehr von den Lenses bekommt man auch. Also als Bestes anscheinend elf. Ähm, finde ich ganz gut. Ja, falls ich die dann nochmal brauche, da habe ich dann noch welche. Und ja, je besser die Lens ist, desto besser ist natürlich auch das Licht, was weitergegeben wird. Das dürfte jetzt das Maximum sein. Also dürfte alles, was hier ankommt, auch weitergegeben werden. Wenn das eben ein bisschen schlechter ist, dann, ja, gibt er halt nur ein Prozentteil weiter. Zumindestens soweit mein Verständnis dafür. Gut, wie man sieht, ähm, hier ist auch vieles, ähm, weg. Das Ding hier, ja, verschwindet immer mal wieder. Man muss es dann angucken. Wenn man weiß, wo es steht, ist gut. Wenn nicht, ist schlecht. Ähm, wir haben hier natürlich ein bisschen, ähm, geändert. Hier, äh, sind jetzt unten drunter Pipes. Hier das Ganze absaugen. Hier ist so ein schönes Cover drunter. Das saugt dann da unten in den Tank. Von dort aus wird das dann mit Ender Conduits, ähm, hier in diesen Tank gepresst. Und, ähm, ja, hier das gleiche Spiel, ähm, muss ich jetzt nicht unbedingt aufmachen. Ist nicht wirklich interessant. Dann haben wir hier einen Fluid Blazer, der uns hier wunderbar die Fluids zur Verfügung stellt. Für das, äh, Crystal Growth Zeugs. Das habe ich ja auch eben gerade noch ins Inventar geploppt bekommen. Ähm, ja, und, ähm, ansonsten, hm, ja, gut. Die gehören da gar nicht mehr rein. Stimmt ja. Zack. Nehmen wir hier mal raus. Ähm, und schmeißen sich hier rein, wo sie hingehören. So. Und dann passt das besser. Ja, und hier kann man die dann schön drinnen, ja, speichern. Dann haben wir Range Collector. Range Collector, Quatsch. Die, ähm, Range Capability Proxies um Himmels Willen. Haben wir hier unten drunter. Die gehen dann hier rüber, unten in diese Plattform rein, zu diesem Ding hier. Wie man sieht, das ist immer schön voll. Ähm, das wird natürlich aufgefüllt hier durch diesen Tank. Das heißt, aus diesem Tank wird wieder extrahiert mit den, ähm, Ender Conduits. Die Ender Fluid Conduits. Und, ähm, ja, wird eben hier reingedrückt. Und, ja, wie man sieht, wir haben einiges an Liquid Starlight. Das ist ganz gut. Gut, so, ansonsten hat sich sonst noch irgendwo was verändert. Naja, gut, da ist ein Tank drüber gekommen. Das ist eigentlich nicht ganz so wichtig. Ähm, ja, gut. An dem, was ich beim letzten Mal gearbeitet habe, vielleicht hat man es schon gesehen. Ähm, hier unten ist es nicht mehr. Ähm, doch, das war schon so. Hier unten ist es nicht mehr. Das ist jetzt gewandert. Wie man sieht, hier unten habe ich alles aufgeräumt. Und auch der Dreck muss alles mal weg. Und auch das hier muss mal irgendwann weg. Ich weiß noch nicht, wohin. Äh, naja. Gut, das wird man sehen. Vielleicht mache ich es dahin, wo auch die Bees jetzt sind. Das werde ich dann sehen. Naja, auf jeden Fall. Ähm, einmal diesen Block hier. Den habe ich ja schon mal gemacht. Den habe ich nur halt mal upgrade-ed. Hat auch Augments bekommen. Ähm, damit kann man dann die, ähm, Honeycamps, also die ganzen Camps, die man bekommt, ähm, auseinandernehmen. Ist besser als die Maschine, die Forestry zur Verfügung gibt, weil der einfach schneller ist. Habe ich jetzt schon mal gemacht, weil ich einen Portable Analyzer mir gemacht habe. Ähm, das ist einfach ein Bialyzer. Ist dieses Rezept. Das liegt, glaube ich, sogar noch hier drin. Jawohl. Ähm, ja, weil ich mir ja nicht sicher war bei der einen Biene, ob die dann Neterwarzen nimmt oder nicht. Und als ich dann das Ding gemacht habe, hat es plötzlich funktioniert. Ich habe keine Ahnung, warum es nicht funktioniert hat beim letzten Mal. Naja, gut. Das ist halt, äh, wie immer irgendwie blöd. Naja. Jetzt hat es auf jeden Fall funktioniert. Das ist ja immerhin schon etwas. Gut, dann haben wir den Teil, der sich da geändert hat. Und, ähm, ja, hier oben die Plattform habe ich dann dafür genutzt. Das hatte ich sowieso schon vor. Habe ich, glaube ich, sogar gesagt gehabt. Ja, ähm, Applied Energistics Netzwerk habe ich natürlich dann hier noch hinlegen müssen. Sieht man hier, da geht das Ganze lang, damit ich hier Energie bekomme. Ähm, hier drunter sind natürlich dann die Cryo-Stabilized Flux Ducts. Und, ja, ein Haufen Blümchen sind schon da. Die ganzen Maschinen hier sind da. Da sind noch neuere Maschinen, die ich jetzt hier hingestellt habe. Für was die im Einzelnen sind, hatte ich mich eigentlich informiert. Muss ich mir jetzt nochmal angucken. Äh, ja, macht auf jeden Fall Sinn, dass ich die da hingestellt habe. Die ganzen Sachen sind hier hingekommen. Netterwarzen, wie man sieht, habe ich jetzt auch hier. Ähm, und wie gesagt, das hat einfach plötzlich angefangen zu funktionieren. Ich weiß gar nicht warum. Naja. Dann, ähm, den hier habe ich mal ausgemacht. Den habe ich nicht weiter gebraucht. Die hier sind voll geworden mit den Common Bees. Die Cultivated sind auch mittlerweile voll. Ähm, die Guten sind auch mittlerweile voll. Ja, man sieht daran, dass das sehr lange gelaufen ist, auf jeden Fall. Ja, ist ganz cool. Dann habe ich hiermit noch ein bisschen rumgespielt. Wir hatten ja ein Bee-Sample Fastest. Ähm, ja, und dann hatte ich mir gedacht, naja, ich könnte ja noch ein paar Bienchen da durch, ähm, jagen. Wie man sieht, ich habe jetzt auch genug von den Dingern. Und wie man sieht, ich habe, ähm, Cultivated da durchgehauen. Denn, ähm, Species Cultivated, das ist die Dinger, die ich wirklich haben möchte. Damit kann man dann, ähm, jede Biene nehmen und daraus eine Cultivated machen. Das ist ganz praktisch, weil Common und Cultivated braucht man doch sehr, sehr häufig. Ja, dann, ähm, haben wir dieses Ding. Dafür brauche ich natürlich hier die Blank-Dinger. Deswegen funktioniert jetzt gerade nichts mehr. Aber gut, Cultivated will ich eh nicht mehr durchjagen. Das passt also. Dann haben wir den hier, den Genetic Imprinter. Da kann ich dann eine Biene nehmen und, ähm, ja, diese Dinger da drauf drücken. Dafür brauche ich allerdings, ähm, wie man sieht, dieses Teil hier, was da vorne angezeigt wird. Da muss ich dann diese Dinger hier reinmachen. Da passen 26, 23, irgendwas in dem Bereich passen da an Dingern rein. Dann hat man alle, ähm, Spezifikationen einer Biene, ähm, ja, gemacht. Und dann kann man sogar daraus eine komplett neue Biene aus nichts erschaffen, mehr oder weniger. Oder aus DNA und Proteinen und so weiter. Aber das will ich mit dem Block hier gar nicht machen, sondern hier wird nur eine Biene reingelegt und die wird dann darauf geprägt, was auch immer da drinne liegt. Ähm, ja, werden wir bestimmt irgendwann noch machen. Und dieses Ding hier, ähm, Genetic Transposer, genau, da habe ich mich gefragt, was das Ding ist. Ähm, ich habe ihn hingestellt, weil er sehr, sehr nützlich ist. Und zwar kann ich damit diese Dinger hier tatsächlich kopieren. Das heißt, wenn ich eine Kopie von einer Spezies brauche, dann lege ich die Spezies-Dings hier rein, mache hier einen zweiten von diesen Blank Samples rein. Labware kommt hier, glaube ich, noch mit dazu. Und dann bekomme ich ein, ja, zweites von den Dingern raus, weil das hier drin bleibt ja und das Blank wird umgewandelt. Und, ja, so kann ich die Dinger kopieren, dass ich dann zumindestens immer noch eine Spezies cultivated habe, wenn ich das in so ein großes Ding reingemacht habe und so eine Biene imprinten kann, damit ich mehrere verschiedene Sachen daraus machen kann, wenn ich dieses Ding schon einmal hatte. Ja, das war jetzt soweit alles, an das ich mich erinnern kann, was ich so offscreen gemacht habe. War einiges. Beziehungsweise, halt, stimmt gar nicht. Eine Sache habe ich noch gemacht. Und zwar hier unten. Die ganzen Maschinen sind mittlerweile geupgradet. Nein, sind sie nicht, weil das schon wieder, ups, ja, die hatte ich geupgradet. Allerdings, ja, ist gestern der Server gecrasht, weil der Computer gecrasht ist und damit war die Welt hinüber und damit spiele ich gerade auf einem Backup und anscheinend war in diesem Backup das tatsächlich noch nicht. Das heißt, diese Maschinen muss ich noch upgraden. Das werde ich also noch machen. Gut zu wissen. Ich wusste nämlich jetzt nicht genau, wann dieses Backup tatsächlich war. Dann ist das die einzige Sache, die ich tatsächlich danach noch gemacht habe. Gut zu wissen. Dann werde ich jetzt mal einen kurzen Cut machen. Ich werde diese Maschinen auf jeden Fall alle upgraden, damit die dann auch entsprechend schneller sind. Weil, ja, warum nicht ich, warum sollte ich es nicht reinmachen? Das habe ich mich eigentlich gefragt und irgendwie habe ich da wohl nicht drüber nachgedacht, dass das vielleicht eine sinnvolle Idee wäre, wenn man die alle schnell macht, weil Energie habe ich, glaube ich, genug. Gut, ja, dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder, wenn ich das erstens gemacht habe und zweitens, ja, wenn ich mich dann für das, was wir diesen Part machen wollen, auch vorbereitet habe. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder und, ja, die Maschinen da unten habe ich geupgradet und hier habe ich auch noch ein bisschen was gemacht. Die Bienenstöcke waren ja alle voll und, ja, ich habe mir gedacht, ich mache hier mal ein kleines MI-System nur für Bienen. Das heißt, wir haben hier wirklich nur Bienen drin, die wir hier schon mal genutzt haben. Die restlichen weiß ich noch nicht, die da unten sind, ob ich die hier reinmache. Direkt, das werde ich sehen. Wahrscheinlich schon Platz haben wir hier genug. Ich habe hier extra ein kleines Subnetzwerk gemacht, wie man sieht. Hier ist extra Quarz-Fiber dazwischen, dass ich nur Strom bekomme. Und, ja, hier ein kleines extra Netzwerk nur für Bienen habe. Ob ich das dann noch mit den Maschinen verbinden werde oder nicht, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich nicht, denn, ja, ich möchte ja hier eigentlich nur Bienen drin haben. Vielleicht noch Bienenprodukte, wer weiß, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Dann habe ich das Ding hier noch gesucht. Das hatte ich ja auch schon, das Genetic Template. Das wird ja hier dann drin gebraucht, um die Bienen zu imprinten und so weiter. Ja, ist jetzt aber nicht weiter interessant. Dann, die Bienen müsste ich reingemacht haben. Ja, die geben mir natürlich Schaden. Ich hoffe halt nur, dass ich davon die Sachen bekomme, die ich brauche. Und auch die anderen Bienen arbeiten wieder, denn, ja, ich habe mal ausgeleert. Dann habe ich noch hier unten eine Kleinigkeit gemacht und zwar das Ding hier, den Centrifugal Separator. Den haben wir, glaube ich, schon gemacht. Das war, glaube ich, mal eine Quest, wenn ich mich richtig daran erinnern kann. Den habe ich mal geupgradet, dass er schön schnell ist. Und, ja, ein bisschen automatisiert, dass mir hier die Bienenprodukte gemacht werden. Man kann dann hier prinzipiell das Zeug reinschmeißen. Wie man sieht, das geht irre schnell. Und was wirft er so alles raus? Hier die Silky Propolis. Und, ja, wenn man das Zeug hier reinwirft, sollte es auch automatisch rausgezogen werden. Und aus denen kommt dann hier das Phosphor und so weiter. Dann gucken wir mal ins Questbuch. Phosphor ist nämlich eine Quest, die wir hier brauchen, nämlich Bit of Bee Breeding, damit wir weiterkommen. Deswegen habe ich ja diese Biene überhaupt machen wollen. Und damit haben wir dann auch diese Quest erfolgreich abgeschlossen. Damit ist dann die offen und wir können die machen. Hier Bee Wax und Refined Wax haben wir. Magic Wax muss ich mal gucken, wo wir es herbekommen. Aber auch das sollte kein Problem sein. Dann nehmen wir jetzt hier mal die zwei Wax-Sorten. Damit haben wir dann die beiden Sachen schon erledigt. Genau. Und das hier müsste rein theoretisch auch eine Quest sein. Nein, es ist Silky Wisp ist eine Quest. Okay, das ist kein Problem. Die kommen hier nochmal rein. Und, ja, dann sollten da Silky Wisp bzw. Propolis eigentlich mit rauskommen. Mit einer geringfügigen Chance. Genau. Aber nur 10%. Und, ja, wir hatten wohl kein Glück und haben keinen Propolis bekommen. Aber 10 Silky Wisp. Das ist schon mal was. Die kann man dann verwenden, um daraus eine Rüstung zu machen. Womit man dann nicht mehr gestochen wird von den Bienchen. Dann haben die, ja, keine Effekte mehr auf einen. Ist, denke ich, aber nicht ganz so wichtig, weil ich müsste die Effekte nämlich auch weg machen können. Genau. Hier die Suit kann man dann machen mit den Silky Wisps. Das ist noch eine Sache. Genau, das kann ich mal gucken. Honey habe ich da 10 Stück drin. Das ist nicht ganz so viel. Ich habe ja hier ein bisschen mehr. Dann nehmen wir einfach mal ein bisschen Honey raus. Den können wir hier dann rein machen. Und dann sehen wir auch mal dieses Ding hier. Dann können wir uns nämlich mal eben diese Biene hier hinten angucken. Tropical Bee. Die macht mir nämlich auch Schaden. Die hier einmal durch. Und dann sieht man, ja, einmal diese zwei Trades. Die hat die aktive und die inaktive Seite von dem Ganzen. Das hier ist das Wichtige. Das ist eben das, was, ja, für das Breeding ganz interessant ist. Hier haben wir aber immer das Gleiche, weil ich ja mit den Gender Stream Maschinen arbeite. Dann ist das kein Problem. Beziehungsweise Tropical ist ja eine, die man so rausbekommt. Und hier ist ja eben der Effekt mit dabei. Effekt Poison. Den müsste ich jetzt rausnehmen können. Ich nehme dafür jetzt hier mal die hier raus. und schmeiße die hier rein, die Tropical. Und mache da jetzt mal den Effekt Poison weg. Beziehungsweise, ich glaube, ich lasse die erst mal fertig leben. Weil ich bin mir nicht, wobei eigentlich müsste es egal sein. Werden wir jetzt gleich sehen. Genetic Imprinter. Das Ding müsste das sein. Effekt None müsste ich, glaube ich, haben. Fertility 2, Lifespan, Speed Fastest, Effekt None. Genau, haben wir Effekt None zweimal. Ja, haben wir. Gut, dann brauche ich mir darüber keine Gedanken machen. Ansonsten hätte ich den mir jetzt eben mal kurz kopiert. So, was hast du an Fertility? Das wäre noch ganz interessant. Du bekommst 2 raus. Und ich hatte noch eine Sache da drin, nämlich Speed Fastest. Was hast du für eine Speed? Du hast, ähm, wo steht es denn? Speed Fastest. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Production ist. Oder wo das genau mit dabei ist. Speed Fastest. Ähm, oder übersehe ich da was? Naja, nehmen wir das auf jeden Fall auch mal mit rein. Warum denn eigentlich nicht? Weil das ist gar nicht schlecht. Dann, ähm, hat man hier noch verschiedene Sachen. Das sind die mit den, ähm, Toleranzen, ähm, wie warm und, äh, wie hier. Humidity, das ist, äh, Feuchtigkeit, wie feucht es sein kann. Ähm, und die Toleranz. Ähm, ja, und hier unten noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel, ob es in einer Cave arbeiten kann oder sonst irgendwas. Äh, auch ganz interessante Sachen. Das hier, was es produziert und, ja, Mutationen und, ja, ganz interessante Sachen. Wenn man sich damit mehr tatsächlich auseinandersetzen möchte. Das ist aber, ja, sehr, sehr, sehr aufwendig. Gut, dann kann man die Sachen hier reinmachen. Ähm, 13 Chromosome gibt's. Und, äh, zwei davon haben wir jetzt hier reingemacht. Ähm, Speed Fastest und den Effekt None. Den können wir jetzt hier rausnehmen. Ähm, und ich glaube, kann man die Sachen so wieder rausnehmen? Nein, kann man nicht. Okay, irgendwie bekommt man die aber, glaube ich, auch wieder raus. So, dann kann man den hier reinlegen. Die Biene geht hier nicht rein. Ist das die richtige Maschine? Ja, ist es. Ja, dann müssen wir das, ähm, ja, die Biene einmal hier durchjagen. Und erst dann geht das Ganze. Aber wir brauchen hier noch Genetics Labware sowieso. Das heißt, das suchen wir gerade mal. Labware haben wir hier ja jede Menge. Das sollte kein Problem sein. Und dann können wir das hier noch mit dazu machen. Und sobald die Biene dann tot ist, funktioniert das Ganze. So, dann schauen wir mal weiter. Die Quest hier wollen wir ja machen, damit wir das Ganze abgeschlossen haben, dass wir weiterkommen. Das heißt, wir brauchen ein B-Collectors-Jar. Das sollte eigentlich auch nicht so schwierig sein. Ähm, B-Collector. Da hinten haben wir es ja schon. Ähm, ja, gut. Quarz ist kein Problem. Glas ist kein Problem. Eine Slab ist kein Problem. Wir brauchen ein Unusual Pollen. Den bekommen wir nur von der Supranatural Biene. Und, äh, ja, die müssen wir natürlich, äh, breeden. Ähm, das heißt, wir brauchen Charmed und, äh, Enchanted. Und, äh, ja, da geht das Ganze dann eben schon los. Das heißt, wir brauchen hier eine Cultivated und Eldritch. Eldritch. Ich glaube, Eldritch haben wir. Bin ich mir jetzt aber auch nicht 100% sicher. Ähm, ja, wir haben Unusual Drone. Wir haben eine Unusual Drone. Okay. Und wir brauchen, ne, das war gar nicht mehr dabei. Oben Himmelsfällen. Ja, da muss man dann erstmal gucken, wie kommt man denn überhaupt dahin. So, die hier, Cultivated und Eldritch. Und ich bin eigentlich fast der Überzeugung, dass wir entsprechend eine Eldritch haben. Ich glaube, ich hatte mal was gesehen gehabt. Kann aber auch sein, dass das was anderes war. Ne, sieht nicht danach aus. Ein Bitter, nein. Scheint also nicht mit dabei zu sein. Nein. Außer ich habe sie jetzt nicht gesehen. Das heißt, wir brauchen dann eine von denen hier. Die bekommen wir über Supranetural. Ne. Um Himmelswillen. Unusual und Cultivated. Und Unusual war das, was ich gerade gesehen habe. Genau, die haben wir. Das heißt, da müssen wir gar nicht so weit das Ganze machen. Das heißt, ich kann hier so ein Unusual nehmen. Zusammen mit einer Cultivated. Und ja, da wir ja hier alles Mögliche haben an Bienen. Nehmen wir hier jetzt einfach mal so eine Marble Princess Pristine Stock raus. Und die machen wir jetzt dann zu einer Pristine, äh, zu einer Cultivated. Das heißt, ähm, wir nehmen hier at Gendistry so ein Ding hier raus. Davon dürften wir ja ohne Probleme was bestellen können. Dann haben wir auch das. Dann nehmen wir uns hier noch Gendat Labware mit, weil ich glaube, davon haben wir auch nicht mehr allzu viel hier hinten. Und ja, da wir mit Bienen arbeiten, sollte ich vielleicht mal schlafen. Das wäre ganz sinnvoll. Das vergesse ich immer wieder. Aber die Bienen arbeiten ja nur tagsüber. Das kann man natürlich auch noch entsprechend in den Gencode mit reinschreiben. Ist kein Problem. Ich habe nur noch keine Biene, die das macht. Und von der kann ich also noch nicht den Trade nehmen. Das ist ein bisschen schlecht. So, dann brauchen wir hier, äh, Species Cultivated. Das dürfte ich auch häufiger haben. Ähm, Speed Fastest Cultivated. Jawohl, das habe ich durchaus mehrfach. Und dann kann man diese Hand hier kombinieren. Und dann müsste ich jetzt, wenn ich das hier rein mache und diese Drohne, dann sollte die jetzt gleich das entsprechende haben. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Und dann kann ich natürlich das hier auch noch draufwerfen. Wäre auch nicht unbedingt verkehrt. Ähm, wobei die vielleicht das ein oder andere davon schon hat. Also, jetzt haben wir, ähm, ja, eine Cultivated. So, und wenn ich jetzt mal gucke, wo kommt eigentlich, sieht es her wahrscheinlich von da oben. Ähm, wenn ich jetzt hier mal gucke, dann sehe ich das hier, ähm, ja, ja, dass die Cultivated zwar ist, aber nicht wirklich gut. Und das könnte ich natürlich dann auch ändern, wenn ich das möchte. Brauche ich jetzt aber gar nicht. So, die zusammen mit, ähm, dem hier sollte dann, äh, Eldritch geben. Das heißt, das können wir hier auch schon mal machen. Und auch die kann ich dann erst mal automatisieren. Und kann davon Drohnen sammeln. Und ich würde mal sagen, Cultivated, ähm, Common, wie viel Common haben wir denn? Common haben wir nicht so viel, Cultivated haben wir mehr. Das heißt, ich würde mal sagen, Cultivated nehme ich jetzt hier mal raus. Und lasse die sterben. Nehme also das Automation Upgrade mit raus. Und, äh, ja, ich könnte auch einfach mehr von den Dingern machen. Mache ich wahrscheinlich auch noch, aber nicht jetzt. So, das Ding raus und dann sollte das irgendwann funktionieren. Hatte ich hier nicht das Automation Upgrade rausgenommen? Okay. Ich bin doof. Naja, macht nix. Dann lebt sie halt nochmal eine Generation. So. Die hier ist tot, dann kann ich die rausnehmen. Dann mache ich hier das Automation Upgrade, dass die hier weiterhin lebend bleibt und mir Sachen produziert. Die kommt jetzt hier rein. Und, ähm, ja, ich werde dann später noch mehr von den Dingern machen, weil für Honey zu produzieren, sind die Honeycombs von der, äh, Cultivated nicht schlecht, weil die relativ schnell produziert, muss man sagen. Deswegen ist das gar nicht verkehrt, wenn man die hat. So, das hier rein. Dann passt das. Ja, das ganze, äh, Züchten hier, das werde ich dann wahrscheinlich, ähm, Offscreen machen, weil das ziemlich langwierig ist. Trotzdem mit dem Ding, weil man das ja dann, ja, erstmal raussuchen muss, den ganzen Kram und, ähm, ähm, äh, ja, warten, bis das, bis die Biene entsprechend gestorben ist und so weiter. Also, ja, nicht unbedingt das, was ich jetzt dann machen möchte. So, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie das war. Collector, da haben wir es und, äh, dann können wir hier nochmal kurz gucken, ob da jetzt irgendwas Interessantes, glaube ich, mit dabei ist. Bei der Biene war ich jetzt, glaube ich, gehängen geblieben. Genau, die haben wir ja jetzt. Cultivated ist auch kein Problem. Ähm, und dann können wir, super natural, brauchen wir noch das andere Gegenstück dazu. Und das kommt auch wieder aus, so einer Biene und einer Charmed. Und Charmed ist auch wieder das hier. Also ist auch kein Problem. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur mehrere Cultivated und Eldritch. Ähm, ich werde dann wieder Marble Drones nehmen und werde weitere Cultivated daraus machen, ähm, dass ich die Bienen entsprechend nicht verliere, die Eldritch. Ähm, ja, und somit komme ich dann irgendwann auf meine Charmed, beziehungsweise auf die Supernatural. Sollte also kein Problem sein. Ist wirklich, ja, ziemlich einfach. Gut, dann mache ich das, wie gesagt, offscreen. Ähm, und das ist das falsche Buch. Das hier wollte ich und dann haben wir auch diese Quest. So, dann mal weiter hierhin. Wir haben hier noch verschiedene Sachen offen. Ich bin ja jetzt im Moment hier drin, um dann zu Chickens zu kommen. Das ist ja eine der nächsten Sachen, die ich haben möchte auch. Ähm, andererseits, ja, wollen wir natürlich auch hier nach ganz unten. Und dafür gibt es ein paar verschiedene Sachen, die noch sehr viel Zeit brauchen, wie zum Beispiel das hier tatsächlich. Environmental Tech braucht sehr, sehr, sehr viel Zeit, bis es dann irgendwann mal, äh, ja, fertig ist, weil wir hier einen Tier 6 Voidore-Miner brauchen und der sehr viele Ressourcen braucht, die nur dieser Voidore-Miner produzieren kann und der am Anfang sehr langsam ist. Und, ja, deswegen früh aufsetzen und dann funktioniert das Ganze. Das heißt, ich möchte ein bisschen in die Richtung schon mal, ähm, vorplanen, dass das dann läuft, während ich mich dann auf andere Sachen konzentriere. und dafür brauche ich Open Aether. Open Aether, ja, gut, ähm, sehen wir mal. Kenne ich gar nicht, habe ich noch nie mitgespielt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, ist auf jeden Fall, oder soll auf jeden Fall ziemlich interessant sein. Extra Utilities sollte auch kein Problem sein, das wäre das hier, das haben wir ja schon offen. Das heißt, Extra Utilities müssen wir mal gucken. Ich würde mal sagen, machen wir das hier mal zu Ende, was hier so alles drin ist, beziehungsweise, gut, ähm, ja, manche Quests werden dann ganz interessant, wie zum Beispiel das hier, weil ich, ja, noch nicht genau weiß, wo ich einen Villager herbekomme. Gibt Wege, ähm, in Vanilla Minecraft weiß ich, aber mal gucken, was ich so finde. Beziehungsweise gibt es Villager Spawn Eggs vom Market? Ich glaube nicht. Market, Market, Market müsste, ähm, irgendwo hier versteckt sein. Glaube ich, ähm, ja, hier ist er. Am Beast kann man tatsächlich kaufen. Die Dinger, Leeds, äh, Rabbit, ähm, Wolf, Lama, okay, Horse, wunderbar. Chickens kriege ich daher. Eine Kuh, das ist auch wunderbar. Ein Schaf, ein Pick und, äh, ja. Das war's. Also Villager ist leider nicht mit dabei. Schade eigentlich. Aber, gut, da muss ich mir dann was anderes einfallen lassen. Ja, Zombie Villager geht natürlich. Den kann man ja umwandeln. Vielleicht gibt's noch irgendwas anderes. Muss ich mal schauen. Muss ich mich mal schlau machen. Im Pack suchen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Aber, erst mal zu den einfachen Sachen. Und zwar, Basic GP Generation ist einmal die Manual Min. Okay, gut. Das kriegen wir hin. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach mal Add Extra Utilities. Ist blöd, weil so viele Extra Beasts da sind. Und, Utility. Da haben wir mehr. Das, was ich haben möchte. So, Manual Mill. Äh, Resonating Redstone Crystals dürften wir wahrscheinlich gar keine haben. Das heißt, davon muss ich erstmal ein paar machen. Und auch diesen Glaskutter habe ich natürlich nicht. Das macht aber nichts. Ähm, ja. Kriegen wir hin. So, dann nehme ich mir hier einfach mal einen Stack Enderperlen. Und, ähm, ich wollte noch was. Nämlich Redstone. Redstone haben wir eigentlich genug. Okay. Also, kein Problem. Dann können wir hier das hier machen. Beziehungsweise, das wollte ich eigentlich im Inventar machen. Dass ich davon einfach mal ein paar machen kann. Okay, die Stacken nur bis zu 8. Macht irgendwo Sinn. Habe ich nicht vorher drüber nachgedacht. Ist aber kein Problem. So. Dann reicht das, glaube ich, erstmal. So. Den hier zusammen mit dem. Und Redstone. Ergibt dann diese Redstone Resonating Crystals. Davon brauchen wir jede Menge. Deswegen mache ich mal davon einen Stack. Beziehungsweise, eigentlich kann ich davon noch mehr machen. Denn wir werden die wirklich sehr, sehr viel brauchen. Und, ja. Ich habe ja vorgesagt mit den Enderperl Shards. So. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Achso. Ja, gut. Das hier. Das würde natürlich auch gehen. Weil von dem Zeug haben wir sogar. Das kann ich sogar Auto-Craften. Brauche ich aber nicht. So. Dann das hier. Ist auch kein Problem. Sollten wir vielleicht sogar ins Auto-Crafting-System machen. Weil wir es sehr häufig auch brauchen werden. Tatsächlich. Also machen wir das mal. Und genauso den Polished Stone. Haben wir das hier im System? Nein, haben wir nicht. Also werden wir wohl das hier einprogrammieren. Und dann das andere auch. Weil auch Polished Stone werden wir sehr häufig brauchen. Und wie man sieht. Ich war auch immer mal wieder fleißig mit einprogrammieren. Jetzt sind zum Beispiel alle Kontos drin, die man so brauchen kann. Also, ja. Einprogrammieren bin ich immer ständig weiter mit dabei. So. Und jetzt ist die Zeile schon wieder woanders. Ist faszinierend. Naja. Macht aber nichts. Dann machen wir davon einfach mal 1000 Stück. Warum denn eigentlich nicht? Und davon machen wir einfach mal 100 Stück. Warum eigentlich nicht? Dann haben wir, glaube ich, vorgesagt. Ein bisschen. Machst du das? Warum bist du so langsam? Okay. Dann machen wir. Dann müsste ich eigentlich das hier machen können. Und. Ja gut. Das war vielleicht ein bisschen viel. Naja. Er ist ja gleich fertig jetzt. Ja. Wenn man übertreibt. Und das dann im gleichen Ding drin hat. Ich verstehe zwar gerade nicht. Warum es so langsam ist. Ach. Weil der nur an einem hängt. Ja okay. Gut. Ja. Blöd. Das ist die einzigste Schwäche tatsächlich an diesem Design. Aber. Ja. Die lässt sich nicht vermeiden. Wenn man es so machen möchte. Man kann es natürlich auch anders machen. Und dann funktioniert es vielleicht besser. Aber okay. So. Jetzt aber. Manual Mill. Fertig. Davon braucht man nicht mehr. Das reicht vollkommen aus. Warum. Ah. Okay. Ich wollte schon sagen. Warum hat man eigentlich hier Solar Panels. Wenn die in der Quest gar nicht gebraucht werden. Aber okay. Solar Panels. sind nicht unbedingt verkehrt. Ist aber nicht das. Was ich dann nutzen werde. Auf Dauer. Aber erstmal möchte ich sie finden. Sagen wir mal. Wo sind die denn hin? Die sind noch so auffällig eigentlich. Und ich sehe sie nicht. Ach ja. Weil sie da sind. Okay. Wunderbar. Davon machen wir erstmal ein paar Stück. So 18 Stück würde ich sagen. Beziehungsweise. Ja komm. 21. Dafür müssen wir natürlich auch wieder schlafen. Kriegen wir hin. Und dann kann man die mal irgendwo setzen. Da ich jetzt keinen Platz dafür habe. Machen wir das Ganze mal hier. Weil die Plattform eh so ein bisschen. Ja alles mögliche ist. Und dann kommt das jetzt einfach mal hier mit dazu. Es muss nicht schön aussehen. Ist halt mal so. So. Dann das Ding hier. Ist ganz praktisch. Generiert mir GP. Und ich muss es nur einmal aktivieren. Und dann bleibe ich hier mit der Hand drauf. Und so lang dreht sich das Ganze. So wenn ich wegblicke. Hört das Ganze auf. Ist also sehr 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 praktisch. Damit haben wir dann das hier. Damit dürften wir jetzt einiges an GP haben. Und wieso hast du die Solar Panels? Doch hast du. Okay. Ich wollte schon sagen. Damit hat er das registriert. Dann Resonator ist eins der nächsten Sachen. Haben wir eigentlich schon Speed Upgrades? Nö. Schade. Gut. Das ist dann das nächste. Hätte ja sein können, dass wir schon aus Loot Bags Speed Upgrades bekommen haben. Ob die dann im System wären oder hier drin. Ich weiß es nicht. Deswegen gucke ich jetzt hier mal kurz rein. Weil ich könnte schwören, dass ich sowas mal gesehen habe. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das hier war. Nein. Sieht nicht danach aus. Schade eigentlich. Macht aber nichts. Dann können wir ja welche machen. Dann brauchen wir den Resonator. Resonator ist die Crafting Mechanik von Extra Utilities. Verbraucht die GP, die Grid Power. Und ist relativ langsam. Aber das macht auch nichts. Kann man ja automatisieren bzw. Speed Upgrades reinmachen. Und was wir als erstes brauchen, ist ein Polished Stone. Und deswegen nehmen wir mal da ein Stack raus und machen das. Beziehungsweise ich will ja Speed Upgrades machen. Dafür brauche ich dann die Golden Pressure Plates. Genau. Und ja, davon machen wir jetzt auch gerade einfach mal ein Stack, glaube ich. Weil davon werden wir auch ewig viele brauchen. Und dann kann man das so machen. Braucht 8 GP, dann wird das zu einem Blank Upgrade. Und dann kann man hier zu Speed Upgrades das Ganze machen. Die stacken nur bis zu 4, glaube ich. Die hier dann bis 16 und die 64. Sollte eigentlich so sein. Warum steht jetzt da Max Upgrade 64? Ich bin irritiert. Ja, aber wir werden es ja gleich sehen. Machen wir jetzt mal 4 Stück davon. Und dann sollte das auch gleich wieder gehen. Und uh, das ist auch eine Quest. Wunderbar. Resonator. Ach, wir sollen noch Resonate Sachen machen. Okay, gut. Machen wir gleich. Dafür bräuchte ich die Quest erst mal. Okay, ich bin schon zu schnell. Macht aber nichts. Ich mache trotzdem die Speed Upgrades, weil mir dauert das zu lange. So, wir haben keine Redstone Blöcke. Das ist blöd. Das ändern wir. So, 16 Stück davon erst mal 16, nicht 15. Und dann kann man das hier miteinander kombinieren. Und dann machen wir mal 4 Stück davon. Und mehr dürften sich auch nicht stacken lassen, selbst wenn ich jetzt hier schon mehr drinne habe. Ähm, ja. 40 GB habe ich jetzt nicht. Ähm, 24 könnte auch knapp werden. Gut, wir lassen das mal bei 16. Aber nein, das geht jetzt schon schneller. Ich könnte jetzt natürlich noch mehr von den Solarzellen machen. Mache ich jetzt aber nicht. Das ändere ich jetzt gleich. Und wenn ich jetzt hier, genau, bis zu 4 stackt sich das und nicht weiter. Das war das, was ich gedacht habe eigentlich. Wunderbar. Dann, dann lassen wir das mal so. So, falls wir noch andere Maschinen haben, die wir upgraden wollen, kommen die jetzt mal erstmal weg. Dann Resonator. Was haben wir da in der Quest? Muss ich jetzt nochmal gucken. Äh, Lunar Reactive Dust, äh, Stoneburn und Red Coal. Das sollte alles kein Problem sein. Red Coal dürfte nichts anderes sein als Coal. Äh, Lunar Reactive Dust. Das ist Lapis und Stoneburn ist das, was wir am meisten brauchen werden. Und dafür habe ich ja schon, ähm, das Zeug mitgenommen. Wunderbar. Das heißt, das passt schon mal. Du kannst schon mal aufhören. Wie viel GB habe ich denn? 21. Da müssen wir also hier mal ein bisschen rausnehmen, sonst reicht das nicht. Ja, das muss ich noch einladen mit den GB. So, Lunar Reactive Dust haben wir damit. Damit, das hier wird entsprechend die Red Coal. Die hier könnte ich jetzt verwenden, zum Beispiel, um die Solar Panels zu machen, die auch nachts funktionieren, tatsächlich. Ähm, ja. Ja, aber die werde ich jetzt nicht machen. Das bringt nicht viel. Was ich dann nehmen werde, sind hier die Watermills tatsächlich. Dafür brauche ich aber eben Stoneburn und deswegen, ja, warte ich ja hier schon mit einem Stack davon. So, das sollte jetzt auch mal ein bisschen schneller gehen. Und, ja, damit habe ich jetzt Stoneburn. Damit müsste die Quest fertig sein. Wunderbar. Ähm, damit haben wir auch das hier. Und, äh, die Speed Upgrades sollten wir schon haben. Haben wir noch Blank Upgrades? Ja, wir haben noch Blank Upgrades. Dann kann ich nämlich auch mal kurz die Stack Upgrade und das Mining Upgrade machen. Auch das sollte kein Problem sein. Wenn ich sie hier finde, Stack Upgrade ist mit einem Diamanten. Wunderbar. Und das Mining Upgrade mit einer Gold Pickaxe, die ich nicht habe. Die ich jetzt habe. Und dann haben wir auch das Mining Upgrade. Wunderbar. Damit haben wir Upgrades fertig. Und damit sieht das schon ganz gut aus. Hierfür brauche ich Enchanted Ingots. Dafür brauche ich den Enchanter. Das ist auch kein Problem. Hier Transfer Pipes. Ja, die werden, glaube ich, jetzt nirgendwo gebraucht. Die mache ich dann mal mal anders. Enchanter sollte auch kein Problem sein. Wenn ich ihn finde. Hier, das sollte er sein. Enchanter. Was fehlt mir dafür? Ein Maschinenblock. Das ist kein Problem. Den haben wir. Und ein Enchanted Book. Von was auch immer. Auch das sollte kein Problem sein, weil das mache ich mir einfach. Coole Workbench. Die kenne ich noch nicht. Zumindest so nicht. Ähm, ja. Enchanter habe ich nicht irgendwo mal in Enchantment Table gesehen. Jawohl, hier hinten. Wunderbar. Und ich habe kein Lapis mit dabei, weil da kein Lapis drin ist. Und ich dachte, da bleibt Lapis drin liegen. Weil das ist nämlich ein besonderer Enchanter. Muss man nämlich auch noch mit dazu sagen. Der lässt nämlich das Lapis nicht droppen, sondern das bleibt da drin. Ein Ender Enchantment Table. So, hier dann das Buch rein, wo auch immer es hin ist. Hier ist es. Eigentlich ist es egal, was wir nehmen. Soulbound, warum nicht? Und dann kann man das hier damit verbinden. Und schon haben wir den Enchanter. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Soulbound mal behalten sollte. Eigentlich ist das ein ziemlich gutes Enchantment. Und haben wir irgendein gescheites Enchantment? Nee, nicht wirklich. Ähm, ja. Ich glaube, ich heb's mal auf. Ich schmeiß es mal hier mit dazu. Und ja. Es war jetzt irgendwie sehr Zufall, dass ich ein gescheites Enchantment gleich bekommen habe. und bevor ich es nicht mehr bekomme, machen wir es mal so. Weil Soulbound lässt nämlich, dass in zum Beispiel, ja, alles, was man damit enchantet, huch, wo kommen die denn her? Wieso liegen die hier unten? Lass mich raten, weil ich, ja, okay. Ähm, Soulbound lässt nämlich zu, dass man die Sachen, die man im Inventar damit verzaubert hat, nach dem Sterben nicht verliert. Das heißt, die bleiben im Inventar und das kann ziemlich praktisch sein. So, Enchanter. Ähm, ja. Setzen wir jetzt auch mal hier oben mit dazu. Stoneburned haben wir jetzt auch schon einiges. Sehr, sehr gut. Enchanter, ja, hm. Kann man für vieles nutzen. Vor allen Dingen braucht man aber auch da Bücherregale daneben beziehungsweise eine Sache, die wir auch hier noch irgendwo rumliegen haben sollten, nämlich Mana-Pylons. Da haben wir tatsächlich keine Mana-Pylons mehr. Das ist ja schon fast faszinierend. Dann muss ich da mal kurz nach suchen. Ähm, Mana-Pylon. Wunderbar. Dafür brauche ich das Gold und zwei davon. Habe ich hier noch zwei von den Diamanten? Nein, habe ich nicht. Habe ich die hier noch drin? Nein, habe ich auch nicht. Gut, ähm, kriegen wir hin. Dann holen wir uns halt gerade zwei Diamanten und ich weiß wirklich nicht, zwei war schon richtig. Ach so, ich kriege die da nicht mehr rein. Ups. Ja, das Barrel ist halt voll. Und das geht nicht. So, jetzt aber. Wir haben halt ein paar Diamanten. Ähm, ich vergesse halt immer wieder, dass ich, ähm, ja, das Ding mit dabei habe. Ist irgendwie auch noch neu für mich. Keine Ahnung. Ist irgendwie blöd. Aber naja, gut. So, Mana-Pylon habe ich natürlich hier jetzt nicht mehr drin. Ähm, ich bräuchte dafür noch vier Gold und dann mache ich es jetzt gerade einfach mal händisch. Und wieso suche ich ein Crafting-Table, wenn hier tausende, ich weiß es nicht. So. Jetzt aber. Zwei Mana-Pylons. Und damit, wenn ich die dann hier nebendran stelle, dürfte ich jetzt, äh, genügend, äh, Bücher rein theoretisch haben. Den nimmt er jetzt hier tatsächlich nicht. Muss ich den so hinstellen, dass du ihn nimmst? Oder muss der tatsächlich hier hin, dass du ihn nimmst? Ja, jetzt hat er ihn auf jeden Fall genommen. Das ist schon mal gut. Das Einzige, was er jetzt halt nicht hat, ist Grid-Power, weil es Nacht ist. Und Energie wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber dafür mache ich jetzt gleich noch was. Ähm, denn da habe ich eine sehr, sehr praktische Sache von Extra-Utilities, die ich mal gerade gucken muss, ob sie tatsächlich im Quest-Buch drin ist. Würde mich interessieren. Äh, sieht nicht danach aus. Weil das ist nämlich wirklich sehr, sehr praktisch. Wenn ich sie finde, wäre das noch praktischer? Hm, ich weiß nur jetzt gerade auch nicht, wie es heißt. Ah, hier ist das ja schon, was ich suche. Ähm, das hier einmal. Und das andere wäre dann die Wireless-RF-Battery. Und dafür habe ich zu wenig Stoneburn mit dabei. Das ist aber kein Problem. Wir haben ja jetzt hier genug drinne. Das Einzige, was ich jetzt hier noch mache, ist einmal das nochmal mitnehmen, dass wir davon mehr machen können. Und das hier war der andere. So. Haben wir gerade irgendwo Energie? Blöde Frage. Wenn wir überall Energie nur, komme ich da schlecht dran. Also machen wir das Ganze jetzt mal so. Vorübergehend. Das hier ist prinzipiell die Wireless-Battery. Die ich setzen kann. Die füllt sich dann schön mit RF. Und ich kann jetzt hergehen und kann diese wunderbaren Dinger hier, ja, überall hinsetzen. Und jede Maschine, die damit connected ist, kriegt da einfach mal, ja, 80 RF pro Tick. Genau. Der surft jetzt einen Teil, nämlich das Ding hier. Der kriegt jetzt 80 RF pro Tick und füllt sich so. Und so muss ich jetzt nicht hier RF hinlegen. Ist ganz praktisch. Hätte ich schon früher machen sollen. Ist nämlich wirklich sehr, sehr praktisch. So. Dann haben wir das. Dann brauchen wir noch Sachen irgendwie vom Enchanter anscheinend. Nein, die Quest ist schon fertig. Aber wir brauchten hier genau die Enchanted Ingots. Da war ich ja dran. Die Enchanted Ingots sollten eigentlich kein Problem sein. Sind nämlich einfach nur Gold Ingots. Ja, genau. Gold Ingots und Lapis. Also wirklich kein Problem. Lapis nehmen wir mal ein Stack mit. Und Gold nehmen wir auch mal ein Stack mit. Und dann machen wir einfach mal ein paar davon. Ja, dauert ein bisschen. Aber man kann natürlich auch hier mit Speed Upgrades ein bisschen nachhelfen. Ich glaube, für den braucht man dann so gar nicht mehr Grid Power. Sondern nur einfach mehr RF. Gut, der braucht jetzt mehr als 80 RF. Was man jetzt natürlich machen kann, ist ein bisschen cheaten sozusagen. Einfach zwei davon setzen. Ähm, auch das reicht nicht. Drei. Vier. Oder sie haben die Funktionalität tatsächlich eingeschränkt. Das kann natürlich sein, ähm, dass die jetzt nicht alle 80 RF an eine Maschine geben, sondern, äh, ja, das könnte natürlich sein. Oder wird der in Mittenleidenschaft gezogen? Eigentlich nicht. Nö. Hm. Okay. Oder er braucht wirklich sehr, sehr viel RF gerade. Das kann natürlich sein. Naja. Gut, macht aber nichts. Entscheidet Ingots, haben wir. Ähm, und ich nehme einfach die Speed Upgrades wieder raus und dann passt das und nehme die Dinger dann wieder mit. Jawohl, das geht. Ich dachte schon, der Server crash, wenn ich das mache, weil dieses Werkzeug, ja, ist ein bisschen buggy teilweise. So, Enchanted Ingots. Wunderbar. Dann kann ich hier die Speed Upgrades Magical machen und die kann ich dann auch ein bisschen mehr stacken. Müsste, glaube ich, bis zu 16 sein. Dafür brauche ich nur noch die Magical Apples. Dafür brauche ich, ja, Apples und Magical Wood rein, theoretisch. Was ich in einem Enchanter machen könnte. Oder ich mache die Enchanted Apples direkt, ja, mit 16 Äpfeln und so. Haben wir überhaupt Äpfel? Ja, okay, was frage ich eigentlich? Natürlich haben wir das Zeug. So, das hier einmal raus, das einmal da rein, das hier dahin und, ähm, komm, mach mal. Beeil dich mal. Ich will ein paar Äpfel haben. So. Das ist echt praktisch. Und dann wieder das Gold rein und, äh, ja, rein theoretisch zwei mehr Lapis und dann passt das auch wieder. Dann geht das auch wieder aus. Lapis hier, da. Die kann man natürlich auch essen. ja, ich weiß nicht genau, was es bringt. Keine Ahnung. Aber, ich habe sie gegessen und, äh, damit ich es nicht vergesse, ähm, ja, lege ich auch noch in die Essenskiste von dem hier eins rein, damit auch er dieses Nahrungsmittel bekommt. was es bringt, wie gesagt, keine Ahnung. Irgendwas wird es mal wohl machen. So, Speed Upgrades damit, ähm, ja, wo sind sie? Magical Speed Upgrades hier oben. Wunderbar. Ist prinzipiell nur ein Upgrade davon und die Dinger könnten da rein und dann könnte ich auch ein paar mehr davon machen. Kann man jetzt, wie man sieht, mehr stacken. Habe ich jetzt halt sieben Stück und, ja, schauen wir mal. Damit hätten wir das. Dann brauchen wir Advanced GP. Ja, gut, die werde ich alle Offscreen mal machen. Sind eigentlich alle relativ simpel. Watermills werde ich benutzen. Da muss ich mal gucken, wo ich die hinbaue. Ähm, Watermills haben den großen Vorteil, also es gibt ja hier verschiedene Sachen. Gerade Extra Utilities habe ich nicht mehr drin. Schade. Und, ähm, das bringt mir nicht viel. Stimmt ja. Utilities, so. Hat ja hier, Extra Utilities hat ja ganz, ganz viele. Wo sind sie denn alle? Hier, da unten. Genau, einmal die Lava Mill, da kann ich dann Lava außen herum setzen und dann kriege ich vier GP für so eine Lava Mill. Ähm, dann Water Mill, das ist ganz interessant. Da kriege ich dann vier GP, wenn ich den ersten Flowing Water Block habe, nach dem Source Block kriege ich dann vier GP pro Seite von der Water Mill. Ist also sehr praktisch, weil man da sehr, sehr viel Haus bekommt. 16 insgesamt pro Water Mill, wenn man es richtig setzt. Muss ich mal gucken, wo ich das Ganze hinmache. Die sind also richtig OP, finde ich. Windmill, ja, nee, ähm, kriegt, gibt einem ein GP Base Power. Je nachdem, wie windig es gerade ist, verändert sich der Wert, wie man unten sieht, ist jetzt nicht unbedingt toll. Ähm, dann die Fire Mill, wenn unten drunter Feuer ist. 4 GP ist jetzt natürlich auch nicht besonders viel, wenn man denkt, hier kriegt man 16, wenn man es richtig aufsetzt. Und naja, die Creative kann man natürlich nicht machen. Das sollten auch alle die sein, die hier drin sind, außer das Luna Panel und das, ja, ist über Nacht und, nee, brauche ich nicht. Da müsstest du dann so viele, wie du davon aufsetzt, auch von den Luna Panels machen, die nehmen sehr viel Platz weg und geben nur einen GP. Für den Anfang okay, für später, naja, gibt bessere Wege. Damit haben wir das. Dann hätten wir noch den hier eigentlich. Und ansonsten haben wir hier keine besondere Quest, oder? Nein, dafür brauchen wir den Chicken Ring. Gucken wir mal, ob wir den hinbekommen. Wäre ich jetzt gerade noch interessiert daran. Damit können wir dann endlich fliegen. Ja, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit tatsächlich, um zu fliegen. Ja, brauchen wir allerdings natürlich nicht. Und, ach, schön, dass es dafür kein Rezept gibt und, ja, ich dachte schon, der Server crash jetzt, weil er das nicht machen wollte. Ja, gibt dafür kein Rezept. Man muss es wissen tatsächlich, wie es funktioniert und ich hoffe, ich kriege das Ganze noch hin. Ich bin mir nämlich da auch nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall brauchen wir String. String, fliegen wir jetzt mal da kurz rüber und dann können wir hier direkt String holen. Sollte eigentlich kein Problem sein, man braucht einen normalen Crafting Table, ein Vanilla Crafting Table, darin sollte das Ganze dann funktionieren. Einmal so, alles angeordnet, jawohl, und dann funktioniert das Ganze. Wenn man jetzt auf die Erfahrungsleiste guckt, ich habe jetzt 28, jetzt habe ich nur noch 20, der benutzt 8 Erfahrungslevel und ja, deswegen ist das jetzt im Moment ein bisschen buggy hier. In der neueren Version ist es wahrscheinlich schon gefixt, aber ja, ich nutze ja eine etwas ältere von diesem Pack. So, wir brauchen ein Chicken. Chicken sollte kein Problem sein. Weißt du was? Es ist wirklich kein Problem, weil ich suche jetzt nicht raus, wo die Dinger sind, wo die Chickens drin sind, sondern ich hole mir jetzt einfach hier ein Chicken. war das nicht schon ein Chicken? das war Wolf. Chicken. Drei Stück, wunderbar, bei, fertig. Und ich habe hier ein Spawn, okay. Weil Spawn Eggs nicht laut sind, oder was? Äh, ja, okay, dann fliegt fort und dann suche ich mir halt die Chickens raus, wenn es sein muss. Könnten hier drin sein. Holding fünf Entities, Chicken. Ist das jetzt das erste davon oder nicht? Ist halt dann die Frage. Ja, es ist das erste. Wunderbar. Komm mit und dann funktioniert das auch. So, du hier wieder rein und dann passt das Chicken zusammen mit dem restlichen Zeug vom Chicken Ring Ring und wir haben ein Chicken Ring Ring. Ja, der ist wirklich ganz cool. Ich müsste jetzt eigentlich das Ding hier tatsächlich mal ausmachen und dann achso, wir haben gerade keine Grid Power. Okay, ja, gut, verstehe. Ich vergaß und ich habe mich schon gewundert, warum das Ding nicht funktioniert. So, using ein GP und genau, ich kann jetzt praktisch, ja, was ein Chicken kann, nämlich durch die Luft gleiten, aber nicht wirklich fliegen. Und man sieht, ich habe hier ein entsprechendes Cooldown-Ding, ja, und muss dafür die Leertaste gedrückt halten, dann mache ich diesen lustigen Gleiteffekt. Also, nicht wirklich sinnvoll fürs Fliegen. Gibt davon natürlich geupgradete Versionen, das wäre dann hier Ring of Flying Squid. Ich hoffe nicht, dass ich dafür jetzt ein Squid brauche. Ich bin aber der Meinung, ja, ich brauche einen Squid. Ja, ich brauche einen Squid. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, auch das werde ich offscreen machen. Squid Ink ist kein Problem, ich kann ja alles mögliche an schwarzer Farbe nehmen, aber der Squid selber, muss ich mal schauen, haben wir irgendwo Squid Farm schon? Nee, ne? Wir haben nirgendwo Wasser aufgesetzt, wo die Viecher spawnen, leider. Das heißt, auch das muss ich dann mal offscreen machen, dann fange ich mir hier so ein Squid mit dem Golden Lasso, ist ja kein Problem. Und dann können wir das in der nächsten Folge machen. Allerdings ziehe ich das Ding erst mal wieder an, damit ich wieder fliegen kann. Ich wollte nur unbedingt mal zeigen, wie dieses Ding funktioniert, weil ich es cool finde, dass es das gibt, aber es ist natürlich, ja, bescheuert. Zumindest in dem Modpack, weil wir hier Silent Gems mit drin haben, wo wir schon lange fliegen können. Naja gut, dann würde ich mal sagen, war es das von dem Part, ja, und ich werde dann zwischen den Parts, wie gesagt, hier ein bisschen weiterarbeiten und, ja, dann sollten wir demnächst in Richtung Environmental Tech kommen. Also, bis dann.